Also Wachstum war, glaube ich, immer für das Unternehmen wichtig. Aber so wie unsere Familie getickt hat, so wie man das Geschäft gesehen und auch dann gemacht und umgesetzt hat, nah am Kunden, ehrlich, viel Fleiß in allen Bereichen und überlegt hat, was können wir noch tun, wo können wir uns noch hin entwickeln, was können wir noch machen, um unserem Kunden ein noch besserer und verlässlicher Partner zu sein. Das hat dann eben zu diesem Wachstum geführt. Der Markt, in dem KRONE unterwegs ist, ist geprägt auf der einen Seite von dem traditionellen landwirtschaftlichen Bereich der Grünfutter-Erntemaschinen, aber eben auch, was in den 70er Jahren entstanden ist, den Bereich des Trailergeschäftes, der Sattelauflieger. Insofern haben wir zwei sehr, sehr große Sparten eines gesamtheitlichen Konzerns, die auch separat betrachtet werden müssen. Wenn es um Wachstum geht und um zusätzliche Geschäftsfelder, dann haben wir in der Vergangenheit bewiesen, dass wir in der Lage sind, diese selber zu uns zu erarbeiten mit Innovationen. Also glaube ich, bleibt sicherlich auch die Landtechnikbranche insgesamt eine sehr innovative Branche. KRONE ist in der Lage, Trends von morgen zu erkennen. KRONE investiert zielgerichtet in Forschung und Entwicklung, um eben einen Mehrwert, Komfort für die Abnehmer zu schaffen. Und ich glaube, dann ist es auch unabhängig, wie der Markt sich bewegt, wichtig ist, mit welchen Produktlösungen KRONE es schafft, einen Mehrwert für die Kunden zu erzielen. Und das ist das, was KRONE auszeichnet und was ein Geheimnis des Erfolges ist. Wir sind Futtererntespezialist, unsere Kunden sind viele Milchviehbetriebe. Da müssen wir natürlich schauen, was gibt es da für interessante Möglichkeiten der Portfolioerweiterung. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir in Richtung Startups wachsen, dass wir in innovative Technologien oder Plattformen investieren. Wir reden viel über Digitalisierung, über veränderte Märkte, über den Trend Ernährung, Wachstum der Weltbevölkerung. Also wird KRONE gerade in dem Bereich noch stärker darauf setzen müssen, was eben die Erdunternehmen, die Lohnunternehmer brauchen. Die brauchen digitale Lösungen, die reden über autonomes Fahren, die reden über ein hohes Maß an Sensorik. All das, was es eben ermöglicht, sehr, sehr effizient und kostengünstig landwirtschaftliche Prozesse zu ermöglichen. Ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass wir durch Übernahmen wachsen. Natürlich alles in einem entsprechenden Größenverhältnis das, was wir auch leisten können. Und sofern es dann auch wirklich zu unserem Produktportfolio passt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 10 Mal. 3